Eins, zwei, drei, vier. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sollte ich das nicht sagen? Das bin ich doch ein einziges Mal. Immer wieder das Gleiche. Du hast gesagt, ich soll die Begrüßung sprechen und du machst die Abmoderation. Ich bin raus. Ich halte die Klappe. Liebe Zuschauer, wenn Sie uns auch nächstes Jahr noch die Treue und die Klappe halten, würden wir uns freuen, sofern ich dann noch zu Wort komme. Frohe Weihnachten. Tschüss.